Ich werde sie zurückbringen. Nur die Ermordeten, wissen Sie, sollte man vielleicht im Augenblick nicht erwähnen. Sie wird später sowieso alles erfahren. Hä? Was wird sie erfahren? Man soll, man muss von ihren neuen Ideen hören. Sie drohen mir! Und der Menschheit die Möglichkeit garantiert, ungestört und aus eigener Kraft eine soziale Ordnung aufzubauen. Und zwar in der Realität. Unser Gott, dieser Gott ist der Schmerz der Todesangst. So wurde es eingerichtet. Das ist der ganze Schwindel. Der Anfang der Kreatur Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärst. Weil du aber laut bist und weder kalt noch warm, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst. Ich bin reich und habe gar satt und bedarf nichts. Und weißt nicht, dass du bist elend und jämmerlich, arm, blind und bloß. Du sprichst. 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 Vielen Dank.